Wir fahren jetzt hier in der Mitte durch eine Sandpiste. Es ist an und vor sich ganz witzig, aber man muss halt gerne ein bisschen Angst an der Karren bleiben stecken. Für das haben wir natürlich eine Chouffle. Dann müssen wir den ganzen Landkreuz wieder ausbuddeln. Wir hoffen jetzt mal... Wir hoffen jetzt sehr, dass die Driver, die das im Griff haben, uns hier schon durchbringen, ohne dass wir die Chouffle am zweiten Tag schon brauchen müssen. Bis jetzt mal ruhig, weil am ersten Tag nach 70 Kilometern im Schliessler auch schon der Wagenheber und das erste Reservorat gebraucht. Wir hoffen jetzt, wir kommen hier ohne Zwischenfälle wieder vorne und danach ist dann wieder ein bisschen die Herde. Dann kann man dann aber wieder entspannen und aufschnaufen. Ihr seht jetzt hier, wie Dany das Schlachtschiff hier sauber über die Sandpiste steuert. Und versucht sich hier irgendwie einzupudeln, nur dass ich dann eine Chouffle holen muss. Das war's. Das war's. Das war's.